Modelltest 5 Hörverstehen Teil 3 Sie hören jetzt fünf kurze Texte. Sie hören diese Texte zweimal. Dazu sollen Sie fünf Aufgaben lösen. Bei jeder Aufgabe sollen Sie feststellen, habe ich das im Text gehört oder nicht. Wenn ja, markieren Sie beim ersten Hören oder danach R gleich richtig. Wenn nein, markieren Sie F gleich falsch. Lesen Sie jetzt die Aufgabe 56. Hören Sie jetzt den Text. Sie hören im Radio das Reisemagazin mit den neuesten Informationen und Angeboten. Zimmermanns besonderes Reiseangebot für die Zeit vom 1. Mai bis zum 31. Oktober. Urlaub in den Alpen zum Sonderpreis. Eine Woche im Drei-Sterne-Hotel mit Halbpension kostet jetzt nur 333 Euro. Der Komplettpreis gilt für zwei Erwachsene mit maximal zwei Kindern bis einschließlich elf Jahre. Eigene Anreise. Information und Buchung unter 0180 504 0100. Zimmermann macht's möglich. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Sie hören im Radio das Reisemagazin mit den neuesten Informationen und Angeboten. Zimmermanns besonderes Reiseangebot für die Zeit vom 1. Mai bis zum 31. Oktober. Urlaub in den Alpen zum Sonderpreis. Eine Woche im Drei-Sterne-Hotel mit Halbpension kostet jetzt nur 333 Euro. Der Komplettpreis gilt für zwei Erwachsene mit maximal zwei Kindern bis einschließlich elf Jahre. Eigene Anreise. Information und Buchung unter 0180 504 0100. Zimmermann macht's möglich. Lesen Sie jetzt die Aufgabe 57. Hören Sie jetzt den Text. Sie rufen im Bremer Landesmuseum für Kunst- und Kulturgeschichte an und bekommen folgende Auskunft. Die Ausstellung 100 Jahre Sport im Rampenlicht läuft noch bis zum 2.05. Öffnungszeiten Dienstag 14 bis 22 Uhr, Mittwoch bis Sonntag 10 bis 18 Uhr. Weitere Informationen unter der Nummer 0421 361 3575. Ich wiederhole. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Sie rufen im Bremer Landesmuseum für Kunst- und Kulturgeschichte an und bekommen folgende Auskunft. Die Ausstellung 100 Jahre Sport im Rampenlicht läuft noch bis zum 2.05. Öffnungszeiten Dienstag 14 bis 22 Uhr, Mittwoch bis Sonntag 10 bis 18 Uhr. Weitere Informationen unter der Nummer 0421 361 3575. Ich wiederhole. Lesen Sie jetzt die Aufgabe 58. Hören Sie jetzt den Text. Sie sind Mitglied eines Buchclubs und wollen sich über die Möglichkeiten einer telefonischen Buchbestellung informieren. Sie rufen deshalb an. Guten Tag, verehrter Kunde. Sie sind mit dem automatischen Bestellservice des Buchclubs Bartels verbunden. Für Ihre Bestellung drücken Sie bitte Taste 5 Ihres Telefons. Geben Sie jetzt Ihre Mitgliedsnummer ein. Nach dem Tonzeichen erfolgt die Eingabe der Bestellnummer und der Anzahl der gewünschten Artikel. Fertig! Wenn Sie jetzt bestellen, erhalten Sie Ihre Bücher gleich am nächsten Tag. In Ausnahmefällen spätestens am übernächsten Tag. Sie erreichen uns persönlich montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 14 Uhr unter der Rufnummer 0180 5 41 52 33 oder in einer der vielen Clubfilialen in Ihrer Stadt. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Sie sind Mitglied eines Buchclubs und wollen sich über die Möglichkeiten einer telefonischen Buchbestellung informieren. Sie rufen deshalb an. Guten Tag, verehrter Kunde. Sie sind mit dem automatischen Bestellservice des Buchclubs Bartels verbunden. Für Ihre Bestellung drücken Sie bitte Taste 5 Ihres Telefons. Geben Sie jetzt Ihre Mitgliedsnummer ein. Nach dem Tonzeichen erfolgt die Eingabe der Bestellnummer und der Anzahl der gewünschten Artikel. Fertig! Wenn Sie jetzt bestellen, erhalten Sie Ihre Bücher gleich am nächsten Tag. In Ausnahmefällen spätestens am übernächsten Tag. Sie erreichen uns persönlich montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 14 Uhr unter der Rufnummer 0180 5 41 52 33 oder in einer der vielen Clubfilialen in Ihrer Stadt. Lesen Sie jetzt die Aufgabe 59. Hören Sie jetzt den Text. Im Radio hören Sie folgende Ankündigung. Apollonissimo heißt eine Veranstaltung, die Kindern die Antike näher bringen will. Mit Bild und Erzählung, Klang und Tanz, Speisen und Getränken. Die Veranstaltung findet am Sonntag ab 14 Uhr in der Glyptothek am Königsplatz statt. Der Eintritt beträgt für Erwachsene 5 Euro und für Kinder unter 12 Jahren 4 Euro. Führungen für Schulklassen können auf Wunsch vereinbart werden. Hier gelten ermäßigte Preise. Rufen Sie uns rechtzeitig an. Sie erreichen uns werktags von 9 bis 16 Uhr, samstags und sonntags von 9 bis 12 Uhr. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Im Radio hören Sie folgende Ankündigung. Apollonissimo heißt eine Veranstaltung, die Kindern die Antike näher bringen will. Mit Bild und Erzählung, Klang und Tanz, Speisen und Getränken. Die Veranstaltung findet am Sonntag ab 14 Uhr in der Glyptothek am Königsplatz statt. Der Eintritt beträgt für Erwachsene 5 Euro und für Kinder unter 12 Jahren 4 Euro. Führungen für Schulklassen können auf Wunsch vereinbart werden. Hier gelten ermäßigte Preise. Rufen Sie uns rechtzeitig an. Sie erreichen uns werktags von 9 bis 16 Uhr, samstags und sonntags von 9 bis 12 Uhr. Lesen Sie jetzt die Aufgabe 60. Hören Sie jetzt den Text. Im Kaufhaus hören Sie folgende Durchsage. Heute in unserer Möbelabteilung. Riesenauswahl, große Leistung, super Preise. Hier unsere Angebote. Sofa mit großem Bettkasten, Velourstoff. 90 mal 200 Zentimeter, 255 Euro. Jugendzimmer, fünfteilig, bestehend aus Kleiderschrank, Schreibtisch, Regal mit Glastür, Bettkastenschrank und Umbauliege für nur 307 Euro. Jugendliches Doppelbettsofa in blauem Leder. Liegefläche 150 mal 200 Zentimeter. Fertig verpackt zum Mitnehmen. Nur 312 Euro. Speisezimmer? Sie hören jetzt den Text noch einmal. Im Kaufhaus hören Sie folgende Durchsage. Heute in unserer Möbelabteilung. Riesenauswahl, große Leistung, super Preise. Hier unsere Angebote. Sofa mit großem Bettkasten, Velourstoff. 90 mal 200 Zentimeter, 255 Euro. Jugendzimmer, fünfteilig, bestehend aus Kleiderschrank, Schreibtisch, Regal mit Glastür, Bettkastenschrank und Umbauliege für nur 307 Euro. Jugendliches Doppelbettsofa in blauem Leder. Liegefläche 150 mal 200 Zentimeter. Fertig verpackt zum Mitnehmen. Nur 312 Euro. Speisezimmer? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020